Skillshare.com, herzlichen Dank. So. Was hatten wir denn noch diese Woche? Letzte Woche haben wir über die WLAN-Lautsprecherboxen und sowas geredet. Ich hatte da diese Sony-Box, die sehr nett ist, die aber tatsächlich nicht mehr hergestellt wird, nicht mehr verkauft wird. Da habe ich geschaut, was hatten Sony noch so im Angebot an WLAN-Boxen. Und die haben da immer noch Sachen. Die Modelle heißen verblüffend ähnlich zu den bisherigen Modellen, können aber kein Airplay mehr. Und auch die Frage, kann denn meine Box, wenn man mehrere davon hat, Airplay und Multirom gleichzeitig? So Antwort, nein. Wäre technisch möglich, machen sie aber nicht. Entweder wegen Lizenz von Apple oder weil sie selber keinen Bock drauf haben. Also ist die Sony-Box vor allem so als Einzellösung sinnvoll? Es gibt die neuen Modelle davon, die gibt es auch immer noch, aber die gehen nur, wenn du auf dem Mac irgendeine komische Sony-Software installierst. Das willst du auch nicht. Oder es gibt auch so, da habe ich nur ein Foto davon gefunden und keine Produktbeschreibung, so ein sehr hübsches iPhone-Doc von Sony, so schwarz, so wie der Monolith aus 2001, hübsch. Stellst du dein iPhone rein und dann schickt das iPhone da Sound auf diese Sony-Wi-Fi-Boxen. Ist halt irgendwie nett, aber auch irgendwie so, ne, ne. Das scheint mir irgendwie nicht so ganz die ideale Lösung. Nicht ideal, aber Sony hat es halt leider irgendwie vor ein paar Jahren mal versägt, die Kurve zu nehmen. Aber sehr nett. Und andere Hörer auf Twitter haben gesagt, hier nimm mal dieses System, das Multiroom-System von Denon irgendwie. Die haben so Zeug, die haben ja auch die Airplay-Integration. Ich weiß nicht, ob sie dort dann Multiroom plus Airplay machen, wie das gesteuert wird, weiß ich nicht. Aber es gibt sehr viele Sachen. Du hast hier die Teufel-Dinge mal ausprobiert. Genau, ich habe mir zwei von diesen Raumfeld-Lautsprechern mal ausleihen lassen. Und, ähm, also, was man natürlich, ich meine, das ist, das habe ich jetzt schon mal erwartet, dass, wenn da so Boxen kommen, die halt von Teufel gebaut werden, dann klingen die schon mal gut. Und so ist es, da kriegst du halt irgendwie so, ich habe so die ganz kleinen irgendwie, One-S heißen die, glaube ich. Die sind irgendwie so 25 mal 20 mal 15, keine Ahnung, in der Größenordnung. Also wirklich sehr, sehr klein klingen, aber dafür halt unglaublich fantastisch. Aber, also, Airplay haben die halt auch nicht. Und dann, was die grundsätzlich machen, was ich sehr, sehr attraktiv finde, ist, dass Spotify dort über Spotify Connect funktioniert. Das heißt, sobald ich einmal meine Boxen über die mobile App mit meinem Spotify verbunden habe, kann ich auch auf meinem Mac-Client diese Boxen als Lautsprecher auswählen. Ich muss also nicht in meiner Raumfeld-App sagen, jetzt spiel mal Spotify und dann mach mal bitte hier an den Lautsprecher, sondern ich kann wirklich von jedem Gerät, wo ich in diesen selben Account eingeloggt bin, ob ich jetzt neben den Lautsprechern stehe oder 8000 Kilometer weiter östlich stehe, kann ich halt sagen, jetzt spiel mal hier in Spotify Musik und zwar auf diesen Boxen. Sondern dann spielen die Boxen, scheißegal, wo die Boxen stehen, die Musik ab. Der Nachteil an der Stelle ist dann wieder, ich kann in der Spotify-App selber immer nur eine Box auswählen. Das heißt, wenn ich Spotify haben will, gibt es kein Multiroom damit. Das ist ein bisschen doof. Keine Ahnung, wessen, in Anführungszeichen, Schuld es jetzt tatsächlich ist, ob Spotify das da einfach nicht mehr erlaubt an der Stelle. Vielleicht geht es über dieses Spotify-Connect einfach nicht. Ich habe zum Beispiel mir mal einen Napster-Test-Account geholt, da geht es dann. Also da kannst du dann aus der Raumfeld-App das raus bespielen gleichzeitig. Das ist nicht, also die App hat ihr, sagen wir mal so, hat ihr sehr eigenes Look und Feel. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Mein persönlicher Favorit wird es auf jeden Fall nicht. und man kann halt dann da so durch die Napster-Library browsen. Napster, also da ist ja Spotify, ist ja ein UI, UI-technisch ein, es ist ja unfassbar schön. Aber dieses Napster, da dreht es dir einfach alles auf und da kannst du es dann in der Raumfeld-App kannst du halt auch mehrere Boxen gleichzeitig bespielen. Die haben da Title als Monster-Partner drin. Ja, ganz genau. Wie gesagt, Napster habe ich benutzt, da TuneIn haben sie, Wimp haben sie noch. Die sind da auch alle direkt eingebaut. Auf die lokale Musik können sie zugreifen, auf die iCloud-Musik. Also auf die Apple Music können sie nicht zugreifen. Das macht ja, glaube ich, bisher auch sonst auch noch keiner. Sonos hat es ja auch noch nicht eingebaut. Habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch drüber geredet. Es sind sehr, sehr schöne Lautsprecher, das muss man einfach sagen. Wie gesagt, sie klingen fantastisch. Ich habe da noch so das eine oder andere technisches Problem damit. Ich muss da morgen mal mit jemandem von Raumfeld telefonieren, ob ich einfach zu blöde bin oder ob da einfach irgendwas schiefläuft. Aber was es halt auch noch nicht ist, einfach, es erscheint mir nicht, kein rundes Konzept zu sein. Also da auch so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, das wäre super schön, so diese Einrichtung, weißt du? Welche hast du jetzt hier? Die One S. Die sind die ganz kleinen. Ja, genau. Die links unten. Kostet 250. Genau, gibt es meistens irgendwie für 200 Euro in irgendwelchen Aktionsgeschichten. Also dafür, dass sie so wahnsinnig klein sind, klingen sie halt richtig, also hier steht es dabei, 11 mal 18 mal 13 Zentimeter, also noch kleiner, als ich vorhin gesagt habe. Klingen richtig, richtig, richtig gut, haben keinen Line-In oder irgendwas, das haben nur die Größeren dann wieder. Was wollte ich jetzt vorhin noch sagen? Habe ich jetzt total den Faden verloren? Sorry. Hier, die anderen Modelle sind dann auch so mit einer Soundbar und irgendwie Stereo-Würfel. Sie haben auch einen Wireless-Subwoofer, was ziemlich crazy shit ist. Das ist ein Riesenbrocken, den du dir zum Beispiel unter die Couch schieben kannst oder unter das TV-Rack oder irgendwas. Sieht auch noch irgendwie relativ geil aus. Aber es ist halt ein Riesentrum. Aber es ist ja gut, es muss halt ein Subwoofer sein, der muss halt auch richtig wummern. Ich würde mehr unter die Couch schieben, dass man auch ein bisschen was davon hat, wenn man drauf sitzt, dass man dann so eine Hinternmassage bekommt, wenn man irgendwie sich so Sachen mit Fump anhört. Ja, wie gesagt, die One S haben keinen Line-Eingang. Ach ja, die Einrichtung ist halt, ich glaube, das ist bei Sonos nicht groß anders, aber so du drückst halt auf so einen Einrichtungsknopf, dann macht dieses Gerät ein WLAN auf, dann muss ich erst in meine Systemeinstellung gehen, muss sagen, okay, jetzt mal bitte in das andere WLAN wechseln, dann richte ich da diesen Lautsprecher ein. Weißt in meinem Raum zu und so weiter und so fort. Wo ich mir halt denke, jetzt nimmst du 50 Cent mehr in die Hand, baust da einen Bluetooth LE-Chip ein und dann hältst du das Gerät hin und dann erkennt er das einfach und richtet den Scheiß ein. Das wäre so viel angenehmer. Klar muss ich das im besten Fall nur einmal machen, aber ich meine, es geht ja nicht darum, hier einen 50-Euro-Lautsprecher zu verkaufen, sondern es geht darum, einen 250-Euro-Lautsprecher zu verkaufen. Und das machen sie halt alle nicht richtig. Diese WLAN-Wage, die hat ja eigens den, nicht Bluetooth LE, sondern Bluetooth mit Apple-Stempel. Ja, so dass du, was dann irgendwie WLAN weitergeben, so das volle Programm für einmal eingebaut. Für einmal einrichten und dann ist es vorbei. Finde ich komplett gerechtfertigt, weil das halt für den Endbenutzer so viel mehr Sinn und Convenience macht. Klar kann man natürlich jetzt sagen, ja, auf Android geht das natürlich ohne Probleme. Auf Android kann die App sagen, jetzt wechsel mal in das andere WLAN und mach das im Hintergrund alles. Ich kenne jetzt die Verkaufszahlen nicht, von daher kann ich darüber nicht sprechen, aber ich, also aus meiner Intuition, würde ja sagen, Leute, die sich einen 250-Euro-Lautsprecher gekauft haben, haben auch iPhones gekauft. Behaupte ich jetzt mal frech. Die sich auch mehr als einen 250-Euro-Mini-Lautsprecher kaufen. Also von daher, weiß ich nicht, kann natürlich sein, dass ich da völlig falsch liege und sie viel mehr Android verkaufen als iPhone und man deswegen da halt ein bisschen stiefelmittlicher rangehen kann. Klar kann man natürlich dann sagen, naja, das geht halt auf iOS nicht, aber wenn halt das eine der größten Benutzergruppen sind, dann muss man halt sagen, ja, vielleicht nehmen wir halt dann 50 Cent für den BLE-Stein doch in die Hand. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch nicht zum ersten Mal gehört haben. Nur kurz, weil bei Sonos hast du das Problem nicht, solange es noch früher in der Kombination mit der Bridge ist, weil die schließt ja sowieso an den Router an und der macht ja sein eigenes Mesh-Netzwerk auf. Das heißt, da hast du keinen WLAN-Wechsel-Desaster oder so eine Konfigurationssuppe, sondern du schließt den einfach an und dann gehst du in die Sonos-App und den Rest. Ja. Ja, also das geht sehr leger von der Hand. Ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt, wo sie ja die softwareseitige Einbindung auch gemacht haben, dass du eben diese Bridge nicht mehr, diesen WLAN-Bridge nicht mehr brauchst. Wie jetzt die Erstkonfiguration ist, wenn du es direkt... Alex, hast du das mal durchgespielt über ohne Bridge-Konfiguration oder... Ich hatte ja nie eine Bridge. Achso, du hast... Ja gut, du hattest die Variante, dass du einen von den großen Boxen angeflossen hattest. Ja, okay, das ging... Genau, das war bei der PlayOne dann das Problem. Also ich glaube, gelesen zu haben, dass es da halt genauso ist, dass die auch dann einen WLAN aufspannen, in der du dich reinklemmst und dann die Konfiguration machst. Ja, wenn du jetzt mit der softwareseitigen Variante... Müsste das theoretisch eigentlich so sein, weil... Genau, bei Alex hatte sie den Punkt, dass er eine seiner großen Boxen einfach an den Router angeschlossen hat. Ich habe die Bridge einfach an den Router angeschlossen, damit ist das Problem gelöst, weil eigenes WLAN- oder eigenes WLAN-artiges Netzwerk, was halt mit rumfunkt. Ginge jetzt mit den One S auch, also die haben auch einen Ethernet-Port, habe ich dann auch angeschlossen. Da ist die Konfiguration halt nicht ganz so gut gelöst, weil sie gehen halt davon aus, das Ding klemt sich in dein WLAN ein. Das heißt, der Konfigurationsassistent, da musst du genau wissen, wo du jetzt hindrückst, damit du in diesen Modus reinkommst. Da könnte man vielleicht etwas klügere Autodiscovery machen, die halt dann sofort erkennt, ah, in dem Netzwerk, in dem du bist, habe ich schon jemanden gefunden. Sollen wir einfach mal mit denen weitermachen? Machen sie momentan nicht. Ja, wie gesagt, also ich muss da nochmal mit jemandem quatschen. Das wollte ich heute eigentlich noch machen, habe ich aber leider nicht geschafft. Erscheint mir noch nicht ganz rund zu sein. WLAN-Wechsel ist extrem inakzeptabel. Ich glaube, das kann man simpel zusammenfassen. WLAN-Wechsel, wenn du zu Hause bist, das WLAN zu wechseln, um irgendwas in Betrieb zu nehmen, ist völlig inakzeptabel. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Also das ist ein Konfigurationsschritt, der einfach nicht sein darf. Und du kannst ja, wenn du mit Apple zusammenspielst, inzwischen eben diesen Bluetooth-Stunt, glaube ich, sogar offiziell direkt machen, dass das iPhone das Passwort sogar weiter sagt. Ja, das müsste ich geben. Dass du es nicht mehr eintippen musst, sondern so wie beim Apple TV, einfach direkt oder übers Anstecken, war das nur über Anstecken? Es gibt irgendeine extra Berechtigung, wenn du hier die MFI-Lizenz machst. Ja, genau, ob es das über Bluetooth, aber ich glaube inzwischen, ja, vielleicht. Ja, wäre natürlich noch bequemer. Ja, und ja, auch diese Sache, wenn du mit einem neuen Gerät kommst, das Gerät das erste Mal dran hältst, dann sagt er, hier, du brauchst noch die App, geht im App Store auf, dieser alles Zauber. Das geht ja dann damit. Ja, ich habe mir vor vielen Jahren mal Lautsprecher bestellt und habe so irgendwie so 5.1, so ein Säulen und so ein paar für kleine, für hinten und ein Center und Zeug und haben sie irgendwie die falsche Anzahl geliefert, irgendwie drei Säulen und so, wohin damit, ja, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich, wollte ich noch ein paar kleine, dann kamen noch drei kleine hinterher und scheint ein schwieriges Problem zu sein. Habe ich letzte Woche neue Lautsprecher bestellt, links, rechts, Center, es kam der Center. Das ist doch auch schon mal ein Eiweißum irgendwo. Da habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich hätte aber eigentlich gerne, ich habe zwei bestellt und dann sagen sie, ja, okay, kein Problem, wir schicken vier. Die kommen immer nur in komischen Paaren oder was ist da los? Ja, Paar war ja richtig, aber ich habe zweimal bestellt und dann dachten die, so, der will vier, aber ich habe nur zwei bezahlt, also ich bin gespannt, was morgen kommt. Okay, gut, dass du morgen nicht samstig. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal Lautsprecher bestellt, ich habe immer die richtige Menge bekommen, es ist ein bisschen verwirrend auch. Ja, mal sehen, ich habe auch die Größe massiv unterschätzt. Das passt nicht hin. Gerade bei Monolithen aus 2001 sind. Ja, kannst du dir mal, kannst du mir einen Tipp geben, so als Baumeister, ich glaube, ich brauche ein Carport drumherum. Das kann man machen, kann man machen. Kann dir einfach so eine Kreissäge mitbringen. Wahrscheinlich besser. Ja. Na gut.